Manchmal glaube ich, die Welt geht zugrunde. Und nur wir können es schaffen, sie zu retten. Bundesagenten, wir haben Waffen! Alles, was wir befürchtet haben, ist eingetreten. Wir wissen, dass wir es wissen. Das ist ja ein Massenphänomen. Alle sahen ein Doppelgänger, ihr Ebenbild. Vielleicht könnte das auf ein Paralleluniversum hinweisen. Was Böses liegt in der Luft, Skully. Die Welt hat sich verändert. Wir brauchen ihre Hilfe, auch wenn wir ihnen nicht trauen. Mulder ist neidein. Sie verstehen nicht, was passieren wird. Das Leben auf dieser Welt wird vollkommen zerstört. William. William war unser Sohn. Er fehlt, dass wir ihn finden, oder?